Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Hier auf diesem Kanal zu folgen. Gleich machen wir heute eine Trickshot-Challenge gegen den Ehrengleich. Da steht er doch schon. Also immer noch 0-0? Ich würd mal sagen immer noch 0-0. Ich würd sagen 0-0. Also Leute, wir fangen jetzt an. Ich lande jetzt gleich und danach sind wir, gehen jetzt los. Wir haben natürlich die Pumpe, gehen natürlich darauf und ab, ob man jemanden tötet. Der Herr Glash hat mich direkt getroffen, aber es war kein Kill. Alter, ich hab mich getroffen oder was? Ja, ich weiß. Nee, oder? Doch, es war aber kein Kill. Nein, er war 50 Schaden. Ich versuche uns den Trickshot. Oh Gott. Oh mein Gott, war der knapp, oder? Ich hab jetzt gesehen. Ich hab' hier negativ geschehen. Jetzt sind die Zähne ausgerissen. Ich hab' hier drauf gemacht. Ja, wow. Hey, ich hab' hier hochgezogen. Alles funktioniert. Ja... Da geht es weiter. Jeder ist weg. Siehst du schon auf mich? So eine Liste. Ja! Nein! Ja! Ich höre! Get no Scope hergleich! Get no Scope! Das ist so geil! Hör auf! Assieste! No Scope hergleich! Let's go! Gerade. Jetzt sage ich gleich! Wo bist du? Da! Schönste! Wo ist er denn? Warte mal! Schade! Ja! Ja! 2 zu 1 für mich! Alter! Das war aber ey! Das war ein geiler No Scope! Ey! Der war richtig gut! Herr Deutsch! Das war ein geiles Brett! Nur damit der war richtig gut! Sack. Fakt 이렇. Auch hier! Ich frage mich! Ich frage mich! Das war ja so schlimm! Ich frage mich! Kost! Ich frage mich! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin jetzt. Denken, Trickshots. Oh! Oh! Ich hab keine Muni mehr! Kannst du mir mal bitte was geben? Nein! Ich? Nein! Ich geb dir Muni! Warum nicht? Pass mal auf, ich geb dir Muni! Gibst du mir wirklich? Ich geb dir Muni, pass mal auf! In meinen Kopf! Hör auf! Ich geb dir Muni! Warum nicht auf den Berg? Nicht auf den Berg! Ich geb dir Muni! Okay! Das ist dein Ernst! Gib mir jetzt bitte einfach die Shit! Sei mal Muni! Ich geb dir Muni! Pass mal auf! 3-2-1 steht's! Ich geb dir Muni! Bitte, Herrgleich! Bitte! Jaja, du kriegst gleich von mir Muni! Bitte nerven mich mal in einer Folge nicht! Du kriegst von mir gleich Muni! Aber nicht zu mir! Nicht zu schießen! Gleich kriegst du von mir Muni! Komm schon, Herrgleich, bitte! Wo ist er denn? Alter! AÁELL! Nein! Jawohl! Das wollen wir auchения mal mit dieser Station da oben. Doch, das werden wir auch nochmals machen in der Folge. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa IPH parking, JaaaaaaaaryaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahahaaaaaaaAAAA powerful! Gah, nochmal auf mich geschossen! So ein Spaß. Ja, ich soll da neben uns fassen. Nochmal! Jaaa! Klar, nochmal jetzt auf mich geschossen. Ich hab keine Muni mehr. Gib mir Muni! Du kriegst Muni! Bitte gib mir Muni! Gib mir Muni! Jaaa! Gib mir jetzt Muni, Herrgleich! Du kriegst von mir Muni! Hier, da ist er! Da! Nein! Ich hab' den Schnell! Ach komm! Hier! Nein! Außerdem, mit was soll ich dich denn dann töten, wenn du meine Muni hast? Ja, aber ich brauch' nur ein bisschen. Ich hab' 21 Schuss nur noch. Ja, das reicht doch! 3, 2, 1! Jetzt fängt er an mit Bauscheiße hier! Hör mal! Hör mal! Hör mal! Hör mal! 4, 2, 1! Hör mal! Hör mal! Hör mal! Ich hab' selber noch 84 Schuss! Was heißt du noch? Ich hab' 12! Gib mir Schuss! Komm schon, Herrgleich! Bitte! Komm, Herrgleich! Bitte! Ach nee, ich hol' kurz das Lama rein! Dann hol' ich mich selbst! Du kannst hierhin noch ein bisschen chillen! Ich will dir die Boogie-Bombe davon nehmen! Na gleich! Nö, ich will gar keine Boogie-Bombe! Nee! Willst du keine Boogie-Bombe haben? Nein! Ich will keine Boogie-Bombe haben! Nein! Herrgleich! Ich hol' mir mal den Airshot mit den ganzen Impulskanaten hin! Du spinnst wohl! Warum? Ich mach' das jetzt wirklich! Und danach... Leute, wir machen jetzt nicht schon einen Trickshot-Challenge, sondern wir bekämpfen uns da oben mit dem Spiker-Pipe! Ja gleich! Was? Ja, da oben in dieser Arena, ne? Das sind ja Impulskanaten sehr gut, ne? Das bedeutet, wir nehmen uns jetzt Impulskanaten und unsere Snipers und versuchen uns mit Impulskanaten gegen dieses Ding da zu schießen und gleichzeitig noch zu Knoscoppen! Komm her! Herrgleich! Komm mal zu mir! Ich bin hier hinten! Ich hab 36 Impulskanaten dabei! Du hast noch Lama! Ja! Ich seh' gar nicht, wo du bist! Hier hinten, Herrgleich! Herrgleich! Hier, guck mal! Bei mir! Warte mal! Ich kann's gar nicht markieren, oder? Nein! Hinter ist heute ein bisschen! Dann musst du dir dein Ding anholen danach! Oder wie ist der Clicker-Freespawn? Nein! Warum denn? Wird es jetzt wirklich dahin laufen? Okay! Hier liegen noch ganz, ganz viele Impulskanaten oben! Ich weiß nicht, wie wollen wir das als Transport machen? Ach, Herrgleich! Ich hab ne Idee! Komm einfach zu mir! Ich setze an hier in dieses Bike gepackt! Oder wie es heißt! Holy crap! Dann baue ich hier oben einen Eingang hin! Dann haben wir nämlich die ganze Impulskanaten... Nein! Ich werde schon fast in eine Falle reingefallen! Dann haben wir nämlich hier die Arena, Leute! So, Leute! Ich bin hier... Guck mal! Da siehst du diesen weißen Punkt hier! Guck mal! Bei dir! Das ist der da! Guck mal! Der da! Nein! Ja, der da! Da bin ich quasi so ein bisschen... Einfach her, komm mal gleich! Da bist du schon fast! Guck da hin! Sehe ich die schon? Ja! Ist klar! Ja! 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 Ich bin hier oben! Komm her gleich! Einfach her! Einfach her, komm! Nee, komm einfach her! Ich lass dich jetzt einfach... HAUF! Komm jetzt einfach her! Oder muss ich dann noch rauskommen! Oh! 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 Krass! Das ist der Trickstart der Welt! Herr, gleich da drüben liegen die Pulskanaden. Wir gehen jetzt da hoch dann in die Arena. Ich hab da so einen kleinen Weg hier rausgebaut. Herr, gleich! Bitte! Bitte! Hör auf für die Müsentrollen! Bitte! Hör einfach auf! Okay? Hier unten ist ein Weg! Hier unten ist ein Weg! Guck mal! Und hier unten liegen die ganzen Pulskanaden! Weil das ist quasi so die Challenge! Ah! Ja! Da fliegt! Und dann kannst du hier rüber gehen! Für den Pulskanaden! Da liegen ganz ganz viele! Ja! Dann kannst du hier die Pulskanaden schlappen! Also gegen die anderen Waffen! Du kannst alle anderen Waffen weglegen! Außer das Jagdgewehr! Das Jagdgewehr muss doch bleiben! Aber der Rest! Miniganne kommen auch noch weg! Warum? Dann hast du ganz viele Impulskanaden! Hör auf damit! Also das kann ich nicht einfach so liegen! Das tut mir leid! Bitte auf! Bitte! Hör auf! Solange ich noch so viel Muni da drin habe, aber kann ich es nicht einfach liegen lassen! Alter! Damit haben wir das Experiment auch schon gemacht! Minigun gegen Dings Tourette! Ist Minigun stärker? Nein! Hast du gesehen wie schnell dein Tourette down war? Nein! Jetzt hör doch einfach mal! Jetzt komm einfach mal runter! Das ist aber interessant jetzt gewesen! Also mit Minigun gegen Tourette ist cool! Hör einfach mal auf mich! Ah! Scheiße! Ah! Scheiße! Kennst du Tourette? Was? Hör auf jetzt! Kommen wir hier runter! Ja! Ich komm! Bitte! Und jetzt hör auf dich zu trollen! Das geht mir grad echt auf die Nerven! Hör einfach die Impulskanade und dann geh ich hier oben rein! Hör auf mit der Impulskanade zu werfen! Ich! Hör doch auf damit! Komm jetzt einfach da rein! Und jetzt go! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Schade! Nein! Nein! Yeah! 1 zu 0 für den gleich! Hä? Bin ich gespawnt? Ach hier! Komm mal! Ja! Erstmal runterkommen, Kollege! Du darfst hier drin nichts bauen! Alter! Du darfst hier drin nichts bauen! Alter! Nein! Was auch damit! Bitte! Nein! Was du für ein Glück hast! Was? 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 Nein! Nein! Ja! Ja! 1 zu 1! Ich muss mir jetzt erstmal neue Impulses holen! Ich hab keine mehr! Ja! 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 Da kannst du! Nein! Die war da unten! Nein! Du kannst hier oben dir einfach welche gönnen! Guck! Hier oben ist so ein Automat! Null! Null! Mit Null! Du kannst hier mit Null! Ähm! Wie bist denn da reingekommen jetzt überhaupt? Von hier unten? Hier einfach hier! Du kannst hier! Ich hab da nen Weg reingekommen! Reingebaut! So! Ich hab jetzt schon wieder... Ich bin jetzt früh geladen! Aber die Shockwave-Konauten dürfen wir nicht benutzen! Einfach so gucken, weil die ja alle die ganze Arena erst erstellen würden! Komm einfach her! Hier gleich! Ui! So! Also! Komm einfach her! Hier rüber zu den Automaten! Dann kannst du die... Boah! Nein! Was machst du? Hahaha! Scheiße! Hup! 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 Nein! Sieht so doof aus! Komm schon! Also Leute! Ich würd sagen! Wenn euch das heutige Video gefallen hat! Wollt ihr mich selber lecker! Von morgen kommt direkt das nächste Video! Wo wir dieses Spike hier ausprobieren werden! Ja! Ich würd sagen! Herr Gleichkopf zu diesem Versagenautomat! Ich würd's auf jeden Fall sagen! Schaut morgen bei dem Video vorbei! Bis dann nochmal und...